Utthita Balasana ist die gestreckte Stellung des Kindes, manchmal auch Panther genannt. Ausgangsposition ist der Fersensitz. Vom Fersensitz beuge dich nach vorne über die Knie und strecke die Arme nach vorne aus, Handflächen am Boden, Finger ausgestreckt und die Arme gestreckt. Eine Variation wäre noch, du gibst die Knie etwas auseinander und probierst gleichzeitig den Brustkorb zwischen die Knie Richtung Boden zu bringen. Utthita Balasana ist eine schöne Stellung als Gegenstellung zu rückbeugen, auch eine Gegenstellung zum Kopfstand. Eine schöne Übung, um die Rückenmuskeln zu lösen und auch dabei Schultern und Oberarme flexibel zu bekommen. Utthita Balasana verbindet auch die Öffnung des Herzens mit Öffnung zur Kraft der Erde. Utthita Balasana ist auch eine Art Verneigung, wo du dich vor der Erde verneigst und dich damit mit der Kraft von Bhumidevi, Mutter Erde, verbindest. Nichts, nicht nur, Gott, Herr, das Wort steht. Vielen Dank.